Prinz Harry und Meghan Makele, who quit the royal family in 2020 and moved to the US, announced the birth of the second child, Lili Bettiana, in Duan 2021. The set she was born at Santa, Prinz Harry und Meghan Makele, die 2020 die königliche Familie verließen und in die USA zogen, gaben im Juni 2021 die Geburt ihres zweiten Kindes, Lili Bettiana, bekannt. Sie sagten, sie sei im Santa Barbara Cottage Hospital in Kalifornien geboren worden und der Name sei eine Hommage an Harrys Großmutter, die verstorbene Königin Elisabeth II., und seine Mutter, die verstorbene Prinzessin Dana. Einem sensationellen Bericht des Delimera zufolge enthüllt Lili Bett's Geburtsurkunde jedoch eine andere Geschichte. Sie wurde tatsächlich in einer Privatklinik in Los Angeles geboren und ihre Eltern werden als John und Jane Doe aufgeführt, Pseudonyme für ein Ersatzpaar, das sich bereit erklärte, das Baby für Harry und Meghan auszutragen und zur Welt zu bringen. Dem Bericht zufolge zahlten Harry und Meghan dem Paar 1,5 Millionen US-Dollar für ihre Dienste und unterzeichneten einen Vertrag, der ihnen das volle Sorgerecht und die elterlichen Rechte für das Baby einräumte. Doch das Paar, bei dem es sich angeblich um amerikanische Staatsbürger-Hispanische Abstammung handelt, hat inzwischen seine Meinung geendet und möchte seine Kinder zurück. Berichtend zufolge hat das Paar, das aus rechtlichen Gründen nicht namentlich genannt wird, einen Anwalt eingeschaltet und eine Klage gegen Harry und Meghan eingereicht, in der es behauptet, sie seien gezwungen und getäuscht worden, ihr Baby aufzugeben, und sie hätten eine starke emotionale Bindung zu ihr. Das Paar behauptete, Harry und Meghan hätten sie bezüglich ihrer Identität und Absichten belogen und ihnen nie gesagt, dass sie Mitglieder der königlichen Familie seien oder dass sie vorhatten, der Welt die Geburt des Babys bekannt zu geben. Sie behaupten außerdem, dass Harry und Meghan gegen den Vertrag verstoßen hätten, indem sie das Baby Lilibet nannten, was ihrer Meinung nach eine Verletzung ihrer Privatsphäre und Würde darstelle. Das Paar sagt, dass sie der Leihmutterschaft für Harry und Meghan nur zugestimmt hätten, weil sie in finanziellen Schwierigkeiten steckten und das Geld brauchten, dass sie ihre Entscheidung aber bereuen und ihre Kinder wie ihre eigenen großziehen wollen. Sie geben an, über Fotos und Videos der Schwangerschaft und der Geburt zu verfügen sowie über DNA-Tests, die ihre Vaterschaft und Mutterschaft belegen. Der Anwalt des Paares sagte gegenüber der Delimera, dass sie bereit seien, vor Gericht für ihr Kind zu kämpfen, und dass sie hoffen, mit Harry und Meghan eine Einigung zu erzielen, die ihnen regelmäßige Kontakt- und Besuchsrechte mit Lilibet ermöglichen würde. Harry und Meghan haben nicht auf den Bericht geantwortet, aber ihnen nahestehende Quellen haben Berichten zufolge gesagt, dass sie durch die Enthüllung am Boden zerstört und untröstlich seien und dass sie erwägen, rechtliche Schritte gegen den Delimera wegen Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre einzuleiten. Die Quellen sagten auch, dass Harry und Meghan fest davon überzeugt sind, dass Lilibet ihre Tochter ist und dass sie sie bedingungslos lieben. Sie sagten, dass Harry und Meghan auf Leihmutterschaft zurückgegriffen hätten, nachdem Meghan im Jahr 2020 eine Fehlgeburt erlitten hatte, und dass sie sich für eine seriöse und ethische Agentur entschieden hätten, die ihnen eine geeignete und willige Leihmutter vermittelte. Die Quellen sagten, dass Harry und Meghan alle rechtlichen und medizinischen Verfahren befolgt hätten und dass sie eine enge und respektvolle Beziehung zu dem Ersatzpaar hätten, dass sich ihrer Identität und ihren Plänen voll bewusst sei. Sie sagten, dass Harry und Meghan dem Paar eine faire und großzügige Entschädigung gezahlt hätten und dass sie den Vertrag und die Vertraulichkeitsvereinbarung eingehalten hätten. Den Quellen zufolge seien Harry und Meghan schockiert und verwirrt über den plötzlichen Sinneswandel des Paares und vermuteten, dass sie von jemanden manipuliert oder erpresst würden, der ihnen Schaden zufügen oder von ihnen profitieren wollte. Die Quellen sagten, dass Harry und Meghan entschlossen seien, ihre Tochter und ihre Familie zu beschützen, und dass sie Lilibet nicht kampflos aufgeben würden. Der Bericht löste große Aufregung und Debatte in der Öffentlichkeit und den Medien aus, die unterschiedliche Meinungen und Reaktionen auf den Babyskandal äußerten. Einige sympathisierten und unterstützten Harry und Meghan und sagten, sie seien Opfer eines grausamen und gierigen Pläns. Andere kritisierten und verurteilten Harry und Meghan und sagten, sie seien die Täter eines Betrugs und einer Täuschung. Der Bericht hat auch Fragen und Spekulationen über die Zukunft der Beziehung von Harry und Meghan zur königlichen Familie und der Monarchie sowie über die Auswirkungen ihres Abgangs auf die Popularität und Stabilität der Monarchie aufgeworfen. Werden sich Harry und Meghan jemals mit ihrer Familie versöhnen oder nach Großbritannien zurückkehren? Wird die königliche Familie Lilibet jemals als eine der ihren anerkennen oder akzeptieren? Werden die Öffentlichkeit und die Medien Harry und Meghan jemals wieder vertrauen oder respektieren? Dies sind einige der Fragen, die im weiteren Verlauf der königlichen Saga unbeantwortet und ungelöst bleiben. Barbara Cottage Hospital in California and that her name was a tribute to Harry's grandmother, the late Queen Elizabeth II, and his mother, the late Princess Diana. However, according to a bombshell report by the Daily Mirror, Lilibet's birth certificate reveals a different story. She was actually born in a private clinic in Los Angeles, and her parents are listed as John and Jane Doe, pseudonyms for a surrogate couple who agreed to carry and deliver the baby for Harry and Meghan. The report claims that Harry and Meghan paid the couple $1.5 million for their services and that they signed a contract that gave them full custody and parental rights over the baby. However, the couple, who are said to be American citizens of Hispanic origin, have now changed their minds and want their child back. The couple, who have not been named for legal reasons, have reportedly hired a lawyer and filed a lawsuit against Harry and Meghan, claiming that they were cursed and deceived into giving up their baby and that they have a strong emotional bond with her. The couple alleged that Harry and Meghan led to them about their identity and their intentions and that they never told them that they were members of the royal family or that they planned to announce the baby's birth to the world. They also claimed that Harry and Meghan bridged the contract by naming the baby Lilibet, which they see as a violation of their privacy and dignity. The couple says that they only agreed to be surrogates for Harry and Meghan because they were in financial difficulties and needed the money, but that they regret their decision and want to raise their child as their own. They say that they have photos and videos of the pregnancy and the birth, as well as DNA tests that prove their paternity and maternity. The couple's lawyer told the Daily Mirror that they are prepared to fight for their child in court and that they hope to rage a settlement with Harry and Meghan that would allow them to have regular contact and visitation rights with Lilibet. Harry and Meghan have not responded to the report, but sources classed to them have reportedly said that they are devastated and hard-broken by the revelation and that they are considering taking legal action against the Daily Mirror for defamation and invasion of privacy. The sources also said that Harry and Meghan are adamant that Lilibet is the daughter and that they love her unconditionally. They said that Harry and Meghan resorted to surrogacy after Meghan suffered a miscarriage in 2020 and that they chose a reputable and a single agency that matched them with a suitable and willing surrogate. The sources said that Harry and Meghan followed all the legal and medical procedures and that they had a close and respectful relationship with the surrogate couple, who they said were fully aware of their identity and their plans. They said that Harry and Meghan paid the couple a fair and generous compensation and that they honored the contract and the confidentiality agreement. The sources said that Harry and Meghan are shocked and confused by the couple's sudden change of heart and that they suspect that they are being manipulated or blackmailed by someone who wants to harm them or profit from them. The sources said that Harry and Meghan are determined to protect their daughter and their family and that they will not give up Lilibet without a fight. The report has caused a huge uproar and debate among the public and the media, who have expressed different opinions and reactions to the baby scandal. Some have sympathized and supported Harry and Meghan and have said that they are the victims of a cruel and greedy scheme. Others have criticized and condemned Harry and Meghan and have said that they are the perpetrators of a fraud and a deception. The report has also raised questions and speculations about the future of Harry and Meghan's relationship with the royal family and the monarchy and about the impact of their departure on the popularity and stability of the monarchy. Will Harry and Meghan ever reconcile with their family or return to the UK? Will the royal family ever acknowledge or accept Lilibet as one of their own? Will the public and the media ever trust or respect Harry and Meghan again? These are some of the questions that remain unanswered and unresolved as the royal saga continues to unfold.